Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen hier beim 146er. Ich möchte euch nochmal ein neues Konzept hier reinbringen in diesen YouTube-Kanal. Und zwar möchte ich euch jetzt ungefähr monatlich über aktuelle Baustellen bei uns in der Region NRW möchte ich euch darüber informieren. Und das werde ich jetzt versuchen monatlich zu aktualisieren, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Wir fangen jetzt mal direkt an würde ich sagen und ich hoffe euch wird dieses Format gefallen. Ja nochmal vielen Dank, dass sich so viele das letzte Video von S3 Ersatzverkehr angeschaut haben. Das war ja auch sehr beliebt bei euch und ich habe auch in Überlegung demnächst ein Video über dem RB48 Ersatzverkehr zu machen. Das wird sehr wahrscheinlich das nächste Video werden. Der ist ja auch schon ein bisschen bekannter der RB48 Ersatzverkehr und darüber wird es dann sehr wahrscheinlich im nächsten Video gehen. Wir fangen jetzt mal an mit dem aktuellen Baustellen. Zur Zeit gibt es immer wieder Sperrungen zwischen Drösdorf und Niederdonendorf bzw. Bonn. Aufgrund, dass da für eine neue S-Bahn Gleise gebaut werden, soll nämlich die S13 nach Bonn verlängert werden, nach Bonn-Beuel. Und die Gleise, es werden nicht neue Gleise kommen, die Gleise werden erneuert, dass die Gleise wieder fit sind für die nächsten 50, 70, keine Ahnung wie viele Jahre. Und deshalb gibt es jetzt an mehreren Wochenenden Sperrungen zwischen Niederdonendorf und Trösdorf Betroffener von die Linien RE8 und RB27. Die Linien enden dann in Nieder-Londendorf oder Bonn-Beuel oder aus der anderen Richtung dann meist schon immer in Trösdorf und fahren entsprechend wieder zurück. Auf dem gesperrten Abschnitt fahren Busse des Schienen Ersatzverkehrs. Die Busse halten meistens an den Bahnhofsvorplätzen. Anzumerken ist noch, dass die RE8 aufgrund des Corona-Notplans, der noch geht, jetzt auch regelmäßig an Werktagen, wo die Baustelle eigentlich nicht ist, bereits schon in Trösdorf endet, allerdings fährt an Werktagen die RB27 meistens klarmäßig. Machen wir weiter mit der nächsten Baustelle und zwar wird bis zum 12.8. auf der RB50 jetzt in einer ganz anderen Ecke und zwar zwischen Lünen und Darwinsburg eine Vollsperrung vorhanden sein, weil dort auch Gleisbauarbeiten stattfinden. Das heißt zwischen Darwinsburg und Münster und zwischen Lünen und Dortmund wird dann gependelt, auch beim gesperrten Abschnitt Ersatzbrusse unterwegs. Die RB36 hat zuzeit eine Baustelle zwischen Lüßburg-Meinerich-Süd und Lüßburg-Ruhrort. Auf dem gesperrten Abschnitt fahren natürlich wieder Ersatzbusse. Zwischen Lüßburg-Meinerich-Süd und Oberhausen verkehren die Züge bis Sonntag, also bis jetzt diesen sonntaglichen 17.05. noch klarmäßig. Ab dann wird ungefähr ein Monat eine Vollsperrung auf der RB36 sein, dann wird der Ersatzbus natürlich auch bis Oberhausen verlängert. Noch bis zum 29.05., also ungefähr zwei Wochen oder anderthalb Wochen noch, halten die S-Bahnen S11 und S28 in der Zeit, also täglich in der Zeit von 9 bis 15 Uhr, nicht an den Zwischenhalten zwischen Düsseldorf-Hauptbahnhof und Neuss-Hauptbahnhof. Die Züge werden diesen Abschnitt nicht bedienen oder ohne Halt bedienen. Die S8 fährt zwischen Düsseldorf und Neuss ohne Halt durch und die S11 und S28 sind zwischen Neuss und Düsseldorf unterbrochen. Somit kann keiner der drei Linien die Halte zwischen 9 und 15 Uhr anfahren. Im 10-Minuten-Takt fahren dafür Ersatzbusse zwischen Neuss und Düsseldorf mit allen Unterwegsseiten. Ab nächster Woche, den 20.05. wird auf der S-Bahn, man kann schon fast sagen, S-Bahn-Stammstrecke in Essen gearbeitet. Und zwar sind dort ja auch viele Teilausfälle. Bei der S1 ist es nur eine Fahrt pro Stunde an Werktagen und zwar eine Fahrt, die im 15-Minuten-Takt stattfindet. Sonst sind keine Fahrten betroffen. Es ist dann eine Fahrt, die in Essen losfährt, allerdings erst in Bochum beginnt es. Somit gibt es dann nur drei Fahrten pro Stunde an Werktagen und am 30-Minuten-Takt ändert sich nichts. Die S9 wird zwischen Essen-West und Essen-Stede unterbrochen sein. Die RE49 wird komplett ausfallen, das sie ja jetzt auch schon tut wegen den Personenausfallen. Ja, Abelio hat leider ja schon eine Abwarnung bekommen. Wenn sich da jetzt nicht sofort was tut, hat Abelio wirklich ein Problem. Sehe ich aber wirklich so, weil es kann nicht sein, dass ein Unternehmen sich so viele Linien jetzt übernehmen möchte und dann plötzlich feststellt, es gibt keine Person. War ja bei der Eurobahn das Gleiche, die hat die Linien ja sofort nicht bekommen. Ja, kommen jetzt mal zur Baustelle zurück. Die RE14 fährt nicht zwischen Essen-Stede und Essen-Hauptmannhof. Dort müsst ihr dann auf die S1 ausweichen und die S3 fährt nur noch zwischen Essen-Stede-Ost und Hattingen an der Ruhr. Das gilt auch nochmal für die, die den S3-Ersatzverkehr erkunden möchten. Der ist ab dem 20. Mai dann nur noch zwischen Essen-Stede-Ost und Hattingen unterwegs und auch nur noch mit einem Umlauf. Trotzdem sind es noch Ersatzzüge bis auf jeden Fall Ende Mai. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, anzumerken ist halt noch, dass jetzt in den Sommerferien und in den Herbstferien zwischen Düsseldorf und Köln gearbeitet wird. Dort sind aber nur die S-Bahnen S6 und S68 betroffen. Und zwar fährt die S6 dann teilweise sogar nicht zwischen Düsseldorf und Köln-Mürheim und die S68 fährt dann nicht zwischen Düsseldorf und Langenfeld. Das ist halt fast das gleiche wie in den Ostferien und auf dem beschwerten Abschnitt fahren jeweils die Ersatzbusse. Wo es aber sein könnte, dass in Langenfeld zwischen den Ersatzbussen ein Umstieg stattfinden muss. Eine Vollsperrung wird auch ja ab Ende Mai auf der RB52 ja zu merken sein. Und zwar wird die RB52 dann nicht zwischen Hagen und Lüdenscheid verkehren. Und dort wird auch ein Ersatzverkehr stattfinden und Einschränkungen wird es auch auf der S23 bzw. RB23 geben, wo bis Juli auf den verschiedensten Abschnitten leise erneuert werden. Dort informiert ihr euch ein bisschen kurz vor Fahrtantritt über eure Verbindungen, wenn ihr dort betroffen seid. Und ja, ich hoffe ihr seid jetzt ein bisschen mehr informiert über das Thema Baustellen. Die größteren Baustellen werde ich natürlich auch in den Bahninfos euch dann Bescheid geben. Ich hoffe es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Euer 146er.